Servus und hallo und willkommen zu einem neuen Projekt von mir. Oh, falsch, von uns. Ich bin ja nicht alleine. Hallo. Wer ist denn da? Äh, hier ist der Wolf. Ja, der Lord Wolf. Das sieht sehr interessant aus, auf jeden Fall. Ja, das sieht sehr vielversprechend aus. Ah, okay. Warte, ich muss schon mal Tonleiter machen. Ah, scheiß, das fetzt mir gleich die Ohren weg. Oh, okay. Nein. Ah, jetzt. Jetzt geht. Okay. So, looks like Bowser is up to his same old tricks. Now it's time for Mario and Luigi to go and track him down. Good luck. Ja, das ist nur noch good luck. Ja, was? Ja, das ist nett. Oh, die Weltkarte sieht schön aus. Ja. Schauen wir mal ins Haus. Okay, es verändert auf jeden Fall. Geht zum Westen durch die Wigglerboot. Da ist ein Switch, den Weg ich sicher werde. Do we need to die Wigglerboot. Okay, also erst zum... Gehen wir ins Haus. Osten. Huch! Ah, wahrscheinlich ein Level, glaube ich. Das sieht aus wie... Ey, das Soundflug ist lustig. Ja. Du... Du 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 du... Aha. Okay, Zeit habe ich genug. Ja, das ist wohl... Okay, die kann ich kaputt machen. Interessant. Ach ja. Das Projekt oder der... Name dieses Spiels heißt Marius' Amazing Adventure. Und das ist ja beide blind. Ja. Ich bin eh, äh... Noob. Ne, das bist du nicht. Ich kann's killen, wenn's drauf ankommt. Alles so puzzlemäßig. Okay. Da oben war noch so ein Ding. Da oben war noch so ein P-Switch. Ja, ich brauch das P. Ja. Ich benutze, äh... Das... Den Begriff... P-Switch kaum. Ich sag immer nur P. Oder P-Schalter. Ich sag P-Switch. Äh, okay, was macht der? Der müsste das da drüben aktivieren. Das. Ja, kann sein. Oh, cool. Oh, diese Musik! Was steht da? Was? Da steht was. One. One, one, one! Wie soll ich... Das ist da oben. Oh, geil. One. One, Baby, one. Und? Das war ein Tutorial. Aha. Okay, kann schon aufgefüllt da rein. Wiggler's Woods. Gleich ein Secret Exit als erstes Level. Das sieht interessant aus. Ich geh da ganz vorsichtig, weil ich weiß ja nicht, was auf mich zukommt. Äh, lauf, lauf, lauf. Ja, genau. Aber es lebt doch gar nicht mehr. Überhaupt nicht. Ganz und gar nicht. Ja, du hast dir den neuen PC besorgt, vielleicht. Nee, nee, ich hab mir ja gar keinen neuen besorgt. Achso. Hast du irgendwie neu aufgesetzt? Vielleicht hast du irgendwelche überflüssigen Speicherstände entfernt und jetzt gleich... Oh! Secret! Peace, rich! Schon wieder! Huch! Moment. Muss ich da jetzt irgendwie benutzen? Vorsichtig. Schlüssel! Äh... Perfekter Sprung. Hätte von mir kommen können. Hey, Moment! Hoch! Warte, kurz, lag! Okay. Ich bin so gerade an so einer Stelle. Ha, ich bin oben. Sehr schön. Der Leipzig hat irgendwie sehr überflüssig gewesen. Ja. Das ging ihr gut. Ja. Trotz lag. Das glaubt uns sicher keiner, dass das blind ist. Oh, so passt mich nicht dran. Ja. Willst du auch etwas Zeugs sammeln oder... Äh, ich kann mich halt überhaupt nicht bewegen. Äh, hast du eh... Ding angeklickt, also dein Bildschirm? Ja, hab ich. Hm. Schön. Ah, jetzt geht. Hab ich doch nicht angeklickt. Ha! Wusste ich so. Okay, du gehst gleich einfach so rein. So, ich muss erst mal schauen, wo renne ich. Hey, den Wirbelsprung kann ich überhaupt nicht machen. Ah, doch hier. Doch, doch. Ich seh's doch. Liege mich hier. Ja, ich spiel mit Tastatur, das Handicap. Aha, und du spielst normalerweise wie? Ja, mit meinem Controller. Aber ich find grad einfach nicht der Verbindungskabel und ich war zu voll, um das Ding zu suchen. Na gut. So. Haunted Wins. Oh. Oh. Blatt. Oh. Cool. Tanooki Mario. Was ist das? Gag? Hast du dich auch verwandelt? Ja, das weiß. Das war ein schönes Gimmick. Mit Fieskel! Keine Ahnung. Im Geistert sind noch nie unter meinen Füßen entlanggeglitten. Boah! Ich dachte, in die Wolken kann man draufhüpfen. Das war jetzt voll irritierend. Nee, ich glaube nicht, dass man da draufhüpfen kann. Das macht nichts. Solange mir nichts passiert. So. Ähm. How to do it? Ich denke, ich kann da rüberhüpfen. Boah! Das ist mein Fuck. Hä? Hast du Toh-5... äh Toh-14-Statch-5 gespielt? Ja, ich kenne sie. Ja, aber hast du dich selbst gespielt? Nee. Schleichwärmungen für Turbo-Projekte hier machen? Äh, nö. Das war einfach nur so ne Erwähnung. Ja. Hm. P. Das war eh so klar, das war... Hier. Wird mir das jetzt so falsch? Wird mir das jetzt falsch? Wird mir das jetzt falsch? Ich hätte so gedacht, das wäre jetzt falsch gewesen. Ich werde das als Spielwitter machen. Der Path ist hidden within the Coin-Posts. Ich glaube, das was die Coins auf jeden Fall nicht berühren. Äh. Wie nett. Aber ich werde nicht sofort klein. Ja. Haben die das geändert? Kann man das ändern? Ich traue mich nicht, da weit zu... Ah. Die werden zu den Wandsprung-Dingern. Aha. Ah. Nehm ich mal mit. Mitnebeln. Aha. Hätte ich auch gewusst. Ist da noch was? Ja, du bist wieder am Anfang. Okay, das war überflüssig. Wett, da kommt mir jetzt was entgegen. Nö. Lauf! Lauf, Mario, lauf! Nicht trau... Wo bin ich denn jetzt? Wiss ich nicht. Ähm. Rutschst du? Ja, ich rutsche. Vorne der Treppe, die eigentlich eckig ist. Nein, die ist glatt. Sieht nur eckig aus. Frischgewicht. Genau. Brauch'n Schild. Die haben nur das... Die haben nur das Putzschild vergessen. Sehr schön. Konnte sich gar keins leisten. Schon wieder ein Secret. Ich glaube, wir finden mehr Secret-Exit als normaler. Da ist schon mal die letzte Münze. Ich würde sagen, da wo. Ja? Ja? Ja, ich kann, dass ich... Uh! Sag ich doch. Wir finden ja mehr Secret als normaler Exit. Oh, ich hätte doch zwei Sekunden warten müssen wegen 99 und so. Äh, okay, cool. Continue, yes! Ah, wir können speichern. Geil. Ich hab so viel schon gemacht. Gut. Ich weiß nur, ob ich mich hier bewegen kann. Ja. So, jetzt wieder schauen wegen dem Start. Also, hier springen, hier rennen. Und schnell den Pilz holen. Hä? Ja, ah. Diesmal nicht. Und, äh... Laufen. Ja. Womit? Böser Weckler. Böser Weckler. Mein Weckler. Ja. Auf einmal ist er dein Weckler. Ja. Mein Weckler. Das ist mein Weckler. Das ist mein Weckler. Ich such deinen eigenen. Vorsicht, die... Wow. Ein silberner Bassi-Beatle. Oh, die kommen auch aus dem Mix. Ich liebe diesen Drehsprung. Ich würde sie auch in einen anderen Marienverein führen. Nein, keine Cheep-Cheeps! Ah, Cheep-Cheeps! Oh, von den... Cheep-Cheeps. Ja. Von denen hast du noch schlechte Erinnerungen, kann ich mir denken. Was ist das? Nee, ich mag Cheep-Cheeps allgemein. Ich kenne das scheiße. Ja. Cheep-Cheeps sind böse. Hey! Checkpoint! Der erste Checkpoint im Spiel! Stimmt. Im Geisterhaus gab's keine Hälfte. Ja, im Geisterhaus gab's nie eine Hälfte, oder? Im Geisterhaus... Kaum. Aber das Coole ist, du verlierst nicht sofort alles. Also, du wirst so normal. Nein. Wenn dir das schon aufgefallen ist. Also, ist das... Ja, ja, ich weiß. Es ist ziemlich sozial. Der ist gescheit, auch sehr sozial aufgebaut zu sein. Am. Ja, du hast dir Zeit. Oh nein! Nein! Hopp! Genau. Ja. Bringt dir viel. Nur wirst du, ob da oben was ist. Vielleicht... irgendwas... so Yoshi-Coin-mäßiger, aber... Ziel! Wenn du da jetzt auch runtergefallen wärst! Ich hätt' dir zu getraut. Ja, ja. Ach, ja. Sehr schön. Hast du auch ein Level schon mal geschafft. Oh! Ich glaub' ich komm gleich in die siebte Welt. Ja, genau. Ist das schon das Schild für die siebte? Soll ich? Ich glaub' ich mach' erstmal. Und die Tour ist fertig. Jetzt kann ich da etwas schneller durch. Hoff' ich mal. Jetzt wasch du euch! Los, 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 los! Ja. Zieh, 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 zieh! Schluck, 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 schluck! Ja, genau. Ab und zu mal ein paar Lacks, aber die sind auch weiter nicht schlimm, oder? Nein, die... Der Großteil ist flüssig. Ja. Ohne Lacks geht's halt auch nicht, sonst wär's langweilig. Ja, eben. Sonst werden wir eh viel zu sehr durchskillen. Ja. Boah. Du, 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 du. Ich find' das mit dem Tanuki interessant. Dafür gibt's wahrscheinlich kein Cape. Ja, Tanuki ist eh viel süßer. Sag mal, wenn du da auch lang genug rennst mit dem Cape, kannst du dann auch fliegen? Naja, ich... Wie bei Super Mario Bros. 3 wahrscheinlich. Ich wüsste wieder aus, wie das aussieht. Ich glaub', das kommt noch früh genug. Ja, ja. Glaub ich auch. Au! Äh, den anderen... Nö, nö, ich... Es gibt... Ja, es gibt ja eigentlich... Ich muss dahin. Das ist wahrscheinlich eine OSZ-Tür. Waaah. Ach so. Dann brauch ich dich extra noch mal aktivieren! Okay. Ui, ja! Ah! Ah! Ich hälte dich als einzig. So. Wo sehe ich jetzt? Ich würd sagen, ich hol mir mal die Bohre. Ja! Das ist erst Welt eins! Ja! Molten Vulcano! Uh, die Musik! Oh fuck, ich dachte ich gar... Ja, scheiße! Ja, aber steht... äh... Äh... Ich glaube... Kamabonga! Ich brauch'n Cape! Nein! Du hättest wahrscheinlich erst mal die Box lesen sollen! Wäre dir gewesen! Ich lese nicht sehr gerne! Egal! Da geht's nicht weiter! So viel weiß ich jetzt! Gut, und ich stell' mich jetzt diesmal nicht so an! Das war... Ich sterb schon im... Äh... Das war erst das zweite Level und ich bin da schon gestorben! Ja, ich bin erst gestorben! Was soll ich sagen? Ja, aber ich bin skilliger! Normalerweise! Ja, ihr hättest mich da wieder angeben! Ui, ich hab'n ja skill! Ich hab'n größten virtuellen Penis! Nö! So übertrieben auch wieder nicht! Nö! Ich... Ich brüste! Die passen hier nicht hin! So! Diesmal crash' ich nicht gegen dieses... Bu-Laser-Dingsbums! Und die letzten zweimal? Das... Bin nur einmal! Nein, zweimal! Moment, jetzt kann ich das... Oh Gott, sieht das... Ey, das sieht sogar noch echt gut aus! Haha! Cool! Okay, Speedrun! Ey, geh mal unten rum! Äh, nö! Da war ja dann wieder wahrscheinlich die Reset-Tür! Falls ich keine Ahnung hab' Nö! Ach! Diese Ringe! Du stehst doch auf Ringe! Nö! Oder? Nö! Lauf! 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 Nicht übertreiben! Dann muss ich mit sein! Oh! 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 Ach, da ist ein Ring! Und die Treppe ist schon wieder nass! Die müssen diese Schilder mal aufstellen! Naja! Hm, ne Einzle! Oh! Oh! Tür! Bitte sei ne gute Tür! Okay! Oh, das, äh... Wir sind im ersten... Wir sind im Geister- und Super Mario Ding! Im richtigen Spiel! Äh, du bist ja am Anfang glaube ich! Ja, du bist wieder am Anfang! Aha! Oh! Freiheit! Aber grad noch so mit dem... Mit dem Tanuki-Ohren bekommen! Ziemlich! Okay! Das war's! Dann aber lieber lass ich dir! Mit Secret Exit! Alt... Eisberg! Er wird ja alles in Secret Exit! Kann das? Nö! Okay, schau! Ähm! Ich geh' zu Mario seinem Haus! Ach so! Will ich auch etwas aufpäppeln? So, jetzt! Ne, ne, jetzt kannst du das ganz wenden! Oder wolltest du das ganz wenden? Ah! Na, da geh' ich weiter! Mountain Pass! Mountain Pass! Ja, viel Glück! Ich muss sie könnte... Ah! Nicht der! Gott! Ich fäch' mir noch die größte Gegner an mir! Ich fäch' mir noch die größte Gegner an mir! Gott! Du schick' nur, um mich zu mobben! Ja, und du fliegst genauer! Äh, fliegen schon! Ja, das hat ja eh nichts mehr tun können! So schnell wie der die Hammer wirft! Klasse Hammer! Cool, da! Die wollen mich doch alle hier noch mobben! Jeder einzelne! Eisbär! Oh! Ich glaub' ich nehm' das besser mit! Cool! Kumpass mit Schneeanzügen! Ja, den wird auch kalt, weißt du? Eis! Äh! Eisphysics! Ich mag... Ich mag Eislevel an sich! Die sind sch... Ich nicht! Die sind schön aus! Ja, hab' es jetzt scheiße zu spielen! Oh, da oben ist schon! Secret Exit! Wen wundert! Ich seh' schon! Oh! Oh, eine Unterwasserversion davon! Lupa! Hm, ne Ersatzblume! Etwas am Tanuki! Ja, eben! Huh! Das war knapp! Das nicht! Das war dumm! Ersatzblume! Die weg ist! Nooo! Das Spiel mobbt dich! Ja, genau! Ist das ein Labyrinth? Sieht so aus! Pfff! Genau durch! Ich werd' mich ja nur verlaufen! Ich werd' mich ja nur verlaufen! Glaub mir! Oh! Bitte sei da! Warum ist nix? Fuck! Das Spiel will dich einfach nur mobben! Ich glaub' du brauchst die Feuerblume hier für den Siegkorrekte! Ich glaub' du brauchst die Feuerblume hier für den Siegkorrekte! Ich muss da sowieso zweimal durch! Kann mir denken! Ja! Ich die Glück kann ein Mensch haben! Weiß ich nicht! Ein Chuck! Ich glaub' du brauchst die Feuerblume hier für den Siegkorrekte! Okay, das bringt sich nix! Die Loupas sind unbesiegbar! Die können alles! Die können selbst das, was nur in deinen tiefsten Träumen möglich ist! Na gut! Drei Yoshi-Coin? So... Also sind wir so gut in der Hälfte! Den nehm' ich besser... Mal mit! Du weißt ein wenig, Blopp? Ä... ... nehm' ich besser... Alle da hin! Und rein da! Da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da... O Gott! So viele Röhren! Die will... Einer der Gelben! Der sollt' dich mal verpissen, danke! Nöö... Die nicht! Ähm, das doof ist, die Röhren rutschen auch böse. Der hat sich die Röhren auch frisch gewaschen. Moment. Ah, ich dachte, die zeigen, dass... Oh! Ah! Okay, ich hab da schon mal das Schlüsselloch, aber... Ich will auf der passende Schlüssel. Da ist schon mal die Hälfte. Das ist der Hälfte. Sonden. Lass mich da durch! Löl. Okay. Oh! Ah! Da passt der Schlüssel! Yeah! 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 Voll in den Kupa! Ich hätte... Mir hätte ich so getraut. Ach, echt? Womit? Ich kann den ja eh hier lassen. Okay, die kann ich so abschießen. Gut. Äh, du hast doch keine Zeit mehr. Ist doch scheißegal. Ich stehe vor dem Teil. Ich würde es noch 80 Sekunden brauchen, um das Trampolin zu bekommen. Ich bleib dabei. Das war wohl der Richtige, oder? Okay, was machst du? Ich mache immer noch Mountain Pass. Jetzt gibt's Rache. Ja, einfach durchschwimmen. Und dann vom Kumba stehlen. Böder! Böder Kumba! Das war toll. Was ist das denn für ein Grupp? Was hat der denn? Hat Stepptanzen vertrieben. Oh. Bumerang, Brüder. Nein, nein, nein. Nein, einfach nur na... ...hin. Du hast den beim Springen gestört, jetzt musstest du stehenhaben. Blöpbe. Welt hasst mich. Aber ich hätte dir Leben schenken sollen. Ach, egal. Ich wollte eigentlich ein Game Over von uns beiden vermeiden.